Mach mal ganz kurz die Augen zu und überleg, wer war die beste Führungskraft, die du je im Leben hattest und warum? Ich bin der Hansi. Mein Name ist Janina Kugel. Ich bin der Philipp. Und freue mich heute mit euch über das Thema Changing the Game zu sprechen. Ein Game Changer sind wirklich Menschen, CEOs, die wirklich mit Mut voranschreiten. Weil Mut bedeutet immer, du machst Dinge anders und du erfährst eine ganze Menge von Widerstand. Für jede Führungskraft ist es ein Grundvoraussetzungsvertrauen in sein Team zu haben. Und wenn du ein Team zusammenstellst, hast du den größten Hebel. Plötzlich Führungskraft zu sein, das war echt für mich jetzt mal ein Game Changer. Und im kalten Wasser zu schwimmen, aber eigentlich auch wirklich ohne Hilfe. Genau, da hätte ich jetzt rückblickend einfach viele Dinge anders gemacht. Lieber Hansi, wie macht man das eigentlich? Hallo Philipp, von dir würde ich gerne wissen. Okay, das ist ja schon ein Fall. Klar, aber ey, Alter, okay, die haben jetzt fünf Titel geholt. Wenn die Leute wirklich hören und spüren und merken, dass die Dinge, die du erzählst, für die du einstehst und die du tust, immer gleich sind, dann gehen sie auf diese Reise auch mit dir. Erfolg ist kein Besitz, er ist nur gemietet. Und die Miete ist jeden Tag fällig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020